Alter, das wird jetzt easy klatscht, das wird jetzt alle auf Max, okay, das ist, ihr wisst wie es ist, wir müssen Max tilten, ihr habt es verstanden, das ist nicht gut, wenn wir Max tilten, so, wir sind jetzt, die ist schön klein, ne, ist gut, wir haben direkt zwei Shops hier, alter, ihr sagt, ich kann nur early game, danach ist Schluss, hab ich ja gesehen, ja, sobald irgendwas fliegt, bin ich, krieg ich Ausschlag, ja, bei Fliegen weiß ich auch noch nicht so genau, außer mit Fliegen, Fliegen mit Fliegen oder halt, also Schützen oder Archer, die funktioniert halt wirklich gut, also das ist halt, das haben die sich schon ganz gut überlegt, die sind halt nicht so schnell, ne, also die können halt nicht mal eben alles aufhalten, das ist so das Problem, die Mobilität ist halt, wie viele Leute sollte man zum Holz abbauen und abstellen, ich glaube acht, acht insgesamt, Jetzt verstehe ich auch, warum ich nie Holz hatte Kommt aber auch auf die Rasse an, ne, also Ja, das stimmt, Ghoule zum Beispiel sind ja auch ein bisschen schneller und so Jetzt ist ja wieder so eine Rassenfrage, ne, das finde ich, gefällt mir, ne, das ist immer die Rassenfrage Das finde ich gar nicht gut Das finde ich jetzt nicht so nice Das finde ich jetzt aber wirklich nicht gut Reiz zur Arbeit Wir brauchen mehr Mondbrunnen Mehr Ziguratz Mehr Zigaretten? Mehr Zigaretten Wir brauchen mehr Kippen So Arbeit ist vollbracht Arbeit macht Jetzt ist mir den scheiß Hof her, ich kriege nur Bis Geburt, ey Danke Was? Bis Geburt? Du Bis Geburt Einfach ins Face gebissen Pepsi, du bist lustig aus Der Typ hat ja zwei Milliarden Jahrtausende gebraucht So Du bist in drei, drei, du bist in fünf Jeder hat eine Mine Das ist überschaubar Und wir haben uns schon gewundert, warum ihr vorhin so wenig expanded habt Dann haben wir gedacht, hä, Maxim, was ist das? Ja, ich bin halt early Alles early game Das ist halt leider meine Stärke Early ist noch gut Das late game ist bei mir geboostet Das ist fuck Aber dann weiß ich halt nicht mehr, was ich tun soll So Das löft Das löft So Ganz gerne So, los geht es Natürlich So Hey So Hier geht jeder arbeiten So Befehle Gebraucht meine Hilfe Das Gelaber von DailySide Einfach 10 und 10 So Du willst das ja sicher gemeinsam creepen Ja Erfahrung Na gut Fine Was ist das diesmal? Oh, renn Oh, das meins Kannst du das haben Das ist Die Intelligenz ist bei mir So, wollen wir nach unten gehen? Also hier in das Gelbe Ne, das Gelbe Doch Ich würde gerne ein gelbes Camp machen Die hier Und dann uns unten langs liegen Okay Und dann hoffen Dass ein ganz spezieller Spieler dort ist Welcher denn? Fängt mit Max an Na, komm ich doch mit So Okay, warte Das müssen wir wieder tanken lassen Befehle Warte Warte Das ist das Elementar Die Arbeit machen Und go Elementar muss die Arbeit machen Arbeit, Arbeit Das ist mehr Gold Wunderlich So Okay Mana Aura ist da Ah, da ist ein bisschen Schaden kassiert Okay Dann lasst mal Hier das hier clearen Ja, dann können wir das so ein bisschen klauen von denen Alles klar Was ist los? Entschuldigung, ich kriege immer Panik bei sowas Okay Ah, nice Da ist auch Hier, da sind Ja, ja Das müssen wir auch bisschen währenddessen Das ist gut Das ist gut Hier den kleinen Den schwachen Den machen wir erstmal weg hier Zack So Auf Max gehen Das ist schwierig Ja, das ist okay Dann umdrehen, umdrehen Sofort die kleinen Jäger rausnehmen Max seine einzelnen Jäger rausnehmen Das ist wichtig Und denkt dran Doppelklick auf die Rolle Wenn ihr übelst viel HP verliert Na, dann immer Doppelklick drauf Doppelklick? Dann portet der automatisch Dann portet der automatisch Perfekt davon Weiter, weiter kämpfen Nicht zurückgehen Nicht zurückgehen Wir sind hier übelst im Überzahl Hey, hier Max seinen Helden kriegen wir Die Triade Boom, die kriegen wir Stopp, stopp, stopp Bleib hier, bleib hier Max muss fliehen mit einem Schicken wir nach Oder produzieren wir zu Hause Ich passe mal Wir produzieren die ganze Zeit Zuhause nach, ne? Also ihr könnt euch Zwischendurch nochmal zurückziehen Nochmal ganz kurz Wenn ihr das Gefühl habt, yo Dann sammeln wir uns nochmal hier Geschießen seinen Helden Machen wir Und Ja Noch mal gekriegt So, jetzt hau ich ab So Okay, das war gut Warte, Bram Du übertreibst es Nee, nee, nee Ich bin Ich hab noch zwei Einheiten Die da leben Okay Der Rest hat leider Am übelsten So Ich würde den Einmal hier ins Gebüsch stellen Als Ah, das kriegst du auf 4xp Also es ist mehr Gold erforderlich Und da bin ich irgendwie Okay Ich muss auch nach Hause Komm mit Hat jemand schon einen Shop gebaut? Nee, noch nicht tatsächlich Okay Das sowas wäre übel gut Weil wir können ja gegenseitig In den Shops einkaufen Das stimmt Und das ist Absolut GG Ja Das glaube ich dir So Okay Sammeln wir uns nochmal Wir müssen die wie gesagt Am Anfang stören Ich bin übel schlecht Später Ja Oh, warte mal Wer ist denn da grün? Ach, grün bist du Warte hier Also hier wieder sammeln Da wieder sammeln Oder alternativ ist Wir gehen hoch Wir creepen jetzt quasi Genau Wir creepen das hier Und Nerven Max Dann kann ich gleich expandieren Ja Oh, das ist aber hier Ein großes Camp Warte, kommst du hierher zu mir? Und? Hier? Machen wir den Heilungsbums So Und Rauf Oh shit Ah, der soll nicht Fokussiert werden Genau Und dann Klar Sie gleich mit dem Brunnen Kuscheln Damit wir Ja Hört sich doch jetzt gar nicht so schlecht aus So Dann schön mit dem Ding kuscheln Schön hochheilen Was sind denn Runen am Schien? Okay Ich werde angegriffen Ich gehe base Oh ja Komm mit Wenn du zu mir kommst Ist der halt übel geil Weil dann können wir den halt übel ficken Ja, ich komm mit Okay Soll ich auch nachkommen? Naja, der rennt weg Ja, aber das ist okay Also den Den Nerven müssen wir halt schon Oh, er kommt in die Mitte Ja, ja Deswegen Oh ja, cool Dann Genau Am besten gucken Dass wir auch sehr früh Hier diesen Knight bekommen Diesen Tütchen Tütchen Arbeitersteck Ja, weiter Wir rennen einfach gleich durch Wir rennen gleich durch Weil wir müssen halt Wie gesagt Max folgern Ja Auf dafür Jungs Rennen Stepp Unter diesem Stück Da ist Max Da ist ein Scheiß Komischer Den mache ich slow Und Das ist sehr gut Jetzt auch Jetzt auch Also immer auf die Helden So Helden gehen Ist halt okay So Gerade weil wir halt so viel Reichweite haben Ja Oh Ich verliere aber auch gerade Reichstatt Oh Oh Nein Ich bin tot Das war ich so ein bisschen Sorry Alles gut Das war RIP Das war noch nicht ganz so gut Nee, nee, das ist okay Wir haben ja noch ein paar Units hier Bram steht ja perfekt davor Das ist übergut Bei mir ist alles down Oh Gott Die wollen mich Okay, ich muss leider einmal da weg Alter, der Slow von den Triaden ist ja übel OP Der ist richtig geil Das ist ja unfassbar nervig Holy shit So was habe ich nicht gesehen So, aber schön weiter Schön weiter chasen die Jungs Weil hier Der geht schon wieder auf Fliegende Das ist aber gut Also die Fliegenden zum Beispiel Jetzt wenn die so In kleinen Mengen da sind Ist es halt übel nice Jawohl Jawohl, schön So, ich habe jetzt hier die Held nochmal gelegt Alter, dein Hammer-Typ ist so gut, Bram Das ist halt Also der musste die ganze Zeit queuen Das ist halt einfach okay Der queut ja auch die ganze Zeit dann Immer und immer wieder Oh, der Baum tut weh Warte mal, lass uns noch ein bisschen zurückziehen Wir wollen uns nicht übertreiben Und? Scheiße, Alter Auch wenn jemand Schriftrollen dabei hat, wäre übel geil Wie breche ich, wie reiße ich das Haus wieder ab? Oh, das geht nicht Wie, das geht nicht Naja, du musst es halt wirklich selber angreifen Ja Wow Ich habe mich nämlich gerade eingebaut Tatsächlich Und da rein Wartet bis ihr mich im Einsatz seht Jungs, pass weg Ich pass meine eigene Base nicht raus So, das ist natürlich ein Nachteil Das stimmt, dass man sich selber einkesseln kann So, ich würde mich jetzt hier Hier bei den Lagern sammeln Bei den Lagern kann man auch glaube ich Ah ne, hier gibt es keinen Healer Meine Einheiten kommen gleich nach So, weil ich mich selbst befreit habe Okay, weil wir müssen wieder alle gemeinsam angreifen Der hat halt wirklich viele Fliegende Und da brauchen wir jeden Viele Fliegende hat der Okay, da muss ich gegenbauen So, Bram, bist du am Start? Ich meine, Rennen Mein Einheiten, Rennen Okay Weil ich würde da erstmal chillen Weil ich schicke jetzt quasi auch Healer dazu Wir sind gerade drinnen, ne? Also davor Gerade, kommt her bitte Ja, ich renne, 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 renne Ich bin euer Schütze So, es werden übel viele Also ich kriege jetzt langsam hier Probleme Weil wir müssen die genau in diesem übelsten Schwung töten Das ist das Wichtige Max ist in der Mitte, okay Das ist gut Ja Weil der baut die ganze Zeit Fliegende Der wird übel genutzt Go Okay Sepp, du bist am Start Du nimmst die untere Flanke Ja So, und ich nutze die Fliegenden alle Und denkt dran Hero Focus, OP Ja, all auf Max sein All auf Max sein Ritter All auf sein Pferdeding, ja Ja Genau Und wieder weg Und wenn die wieder näher zu nah rankommt Dann wieder drauf Damit die ja nichts Sinnvolles macht Das war ärgerlich Oh, ja Ja, ja Der verliert übelst hier Das ist gut Oh, die Alte kriegen Oh, er muss weg Er muss zurück Er muss zurück Er muss zurück Okay, dann Range nutzen Wir machen den Hauptbaum hier Zack Hier drauf Die greift den Hauptbaum an Und mit meinen Triaden Halte ich ihn auf Entfernung Oh, das ist super Oh, deine Triaden sind einfach so P Ey, das ist einfach übelst schlimm Ja, für seine Fliegeviecher ist halt Ist halt Rips, Alter So, weiter, weiter, weiter Wir brennen uns komplett durch die Basis einmal durch Oh, Alter Max hat das gute Aber wir finishen den Der wird auf jeden Fall auf die Fresse kriegen Sehr gut Weiter da Oh, von oben, von oben Von oben kommt Fischkorb Von oben kommt Fischkorb, Leute Vorsicht Einmal Turn Einmal davor stellen Und immer Also die Grunts könnt ihr alle einzeln fokussieren Also einzeln rechtsklick auf die Die platzen dann halt übelst schnell auf So, wir machen seinen Helden Jawohl, der kippt Ach ne, lol Der war einfach nur Okay Okay, base weiter Ja, die Base machen wir dann Die finishen wir jetzt Okay Hier ist nix mehr Alter, die ganzen Gewehrschüsse, ey Hier ist, äh, Zweitbasis von Max Ja, die nehmen wir gleich Also expandieren kann ich nicht Deswegen müssen wir das alles unterbinden sofort Wir müssen einfach nur seine Brunnen wegmachen Dann kann er nix bauen Also Ne, ne, nur die Hauptgebäude Das ist okay Die Brunnen können wir erstmal da lassen Wir müssen Max abbrechen So, Max ist hier halt ultra dangerous Ja, er kann halt nix mehr bauen Wenn er keine Brunnen hat, ne? Okay Ne, ich meine Das sind ja die Brunnen von Fischkops auch Die sind ja egal Lass uns mal hier wieder oben sammeln Was? Hier sind die Brunnen von Max Ach ne, Max in der Mitte Oh, Entschuldigung Ja, Max war doch in der Mitte Wir haben doch gerade Max-Plätze gemacht Ich bin halt bescheuert Ich dachte die ganze Zeit, dass der Fischkopf Alter, übe gut Hier sind noch welche Pass auf, hinter dir Sepp, 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 hinter dir Bums, machen wir weg, die Sau Guten Tag Heiß Magierin Bums Naja Wollen sie aber echt hier Kannst noch Gold bauen, Sepp Also du hast die Gold-Mine erobert Da kannst du noch basteln Jawoll Und tschüss Da die zwei Schön durchziehen Und links Ja On the way Da steht Budi einfach mit seinen ganzen Menschen rum Ja, vor allen Dingen werden wir Max doch von hinten natzen Was ist denn hier los? Sein Held, er versucht zu fliehen Ich stehe da einfach hier rum Was ist da los? Budi, bist du AFK? Ja, der Max ist in das Camp reingerannt Er wird vom Camp gefinisht Welch grausamer Tod Welch grausamer Tod Er ist einfach in das Camp geflüchtet In das Rote Fakta, was? Fakta, fucken, fucker Genau Okay Ich glaube, er ist unzufrieden Ich glaube Es könnte sein, dass wir aufgeben Ja, könnte passieren Nice Jetzt muss halt alles unter 15 Minuten sein Sonst bin ich scheiße Das ist halt einfach schön Wow Mal gucken, wir warten noch ganz kurz Booty ist noch drin Booty ist raus Alle sind raus? Nee, Fischi fehlt noch Nee, Fischi fehlt noch Fischi kämpft noch Um zu überleben Fischi haben wir ja gar nicht angegriffen Oh, Fischi macht meine Base Fischi macht überhaupt nicht Doch Fischi macht meine Base Kaputt Ich mache jetzt seine kaputt Das ist die Rache Ja, wir wollen mal mehr Häuser Ja, den müssen wir noch schnell holen Sepp geh schon mal hoch Ich mache hier die Reste Okay Leider kein Portal mehr Ja, das sind doch ganz schön viele Die Fischi da hat Ja, aber die Also die Schützen machen die halt Überschnell tot Ja, genau Oh, er hat aber hier ein paar mehr Merk ich gerade Oh, der ist in der Mitte Ja, ja, kommt Dann holen wir den jetzt Oh, oh Jetzt sind die genau da durchgelaufen Oh, supportet er Ja, das ist voll getrickst Ja, aber dann gehen wir jetzt alle hoch und ficken ihn Weil der will schon wieder meine Units da Ach, hier ist der Base Hier ist Max Was ist da denn los? Aber Max ist schon raus Max ist raus, ja Ja, aber dann ignorieren wir den Dann machen wir hier Wir machen den Dings weiter fertig Oh, da sind sie alle Guck mal hier Wie schnell die halt fallen sollen Die halten halt nichts aus Dann verslow ich die einfach Und dann bleibt immer eine Sau zurück Eine Armung Oh, komm hier Machen wir die auch kurz tot Aus dem Weg Das Gelaber, ey Das Gelaber Das ist einfach nur schön Ja, auf geht es Ist dann noch irgendjemand Kann ich irgendjemand noch hämmern? Den hier Das ist ja voll der Hämmer Boah, das war schnell Das war schnell, hart und geil Guck mal, Bram hat gewonnen Ja, boom Sehr gut Max ist immer hoch Bram ist der Rohstoffmaster Das ist halt Ja Ja Oh Gott Boah Ey, das hat geliefert Alter, wie viel Gold hast du bitte gesammelt? Du hast ja komplett übertrieben Ich muss halt jetzt mal ein bisschen nachziehen Doppelt zu viel Ja, ich hatte auch meine zweite Mine Die stand halt, glaube ich, schon nach drei Minuten oder so High Risk, High Reward High Risk, High Reward Da steht jetzt einfach eine hin, Junge Und Baum, Junge Geil, hat Bock gemacht Bedankt Ja Bedankt Danke sehr Das war aber auch ein bisschen hart jetzt Wie gesagt, nächstes Mal würde ich Maxim einfach nicht einladen Ja Würde ich auch Ja, schwierig Also ihr könnt auch gerne Age of Empires spielen Ist auch kein Problem Ja Dann strike Würde ich mich freuen Was ist das für ein 1-1-1? Ja Wir sind ja Wir sind ja Wir sind ja